Hey Leute, es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In diesem Video soll es einmal um dieses Teil hier gehen. Das ist ein MacBook Air mit dem M1-Chip aus dem Jahre 2020. Und ob sich das Teil im Jahre 2022 noch lohnt, das möchte ich in diesem Video einmal erklären. Also bleibt gerne bis zum Ende dran. Viel Spaß nach dem Intro. Wie bereits erwähnt, ist das MacBook Air mit dem M1-Chip erstmalig Ende 2020 rausgekommen. Zusammen mit dem MacBook Pro 13 Zoll M1 und dem Mac Mini. Doch wie sieht es jetzt fast eineinhalb Jahre später aus? Also vorab erstmal, ich kann jedem das MacBook Air wirklich empfehlen, der bereit ist für die Welt von Apple und macOS. Wenn ihr jetzt absoluter Verfechter von macOS und dem Apple-Ökosystem, dann kann ich euch das natürlich nicht empfehlen. Auch wenn es eine super Preisleistung bietet, aber dann werdet ihr damit einfach nicht gut zurechtkommen. Für alle anderen, die jetzt für ihre Arbeit, für die Schule oder für die Uni einen MacBook suchen, beziehungsweise einen guten Laptop, den kann ich den Laptop wirklich nur empfehlen. Was bekommt ihr denn überhaupt bei dem MacBook? Also, ihr bekommt ein super Retina-Display. Das ist schärfer als bei den meisten Windows-Laptops. Ihr bekommt hier eine höhere Auflösung als WQHD. Tolle Farben dank dem P3-Farbraum. Und ihr habt eine tolle Verarbeitung. Wie ihr sehen könnt, ist das MacBook Air von mir aus Aluminium, wie auch alle anderen MacBooks. Ich habe das hier in der Farbe Silber. Und ja, zusammen benutze ich noch hier eine Hülle. Dazu habe ich auch mal ein Video gemacht zu meinen täglichen Mac-Begleitern. Könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen, was ich da so benutze. Hier seht ihr es schon. Hungrig nach Arbeit, nicht nach Batterie. Denn wie lange bekommt ihr Akkulaufzeit? Ihr bekommt hier satte 18 Stunden Batterielaufzeit. Das ist 6 Stunden länger als beim Vorgänger. Und dazu bekommt ihr eine immense Power. Ihr bekommt hier eine 8-Core-CPU in der Basisvariante und eine 7-Core-GPU. Das heißt einfach, dass ihr genug Power wirklich bekommt, auch wenn ihr das Basismodell habt. Ich schneide hier drauf meine Videos. Und das ist schon sehr aufwendig. Und das kriegt das MacBook ohne Probleme hin. Was bekommt ihr noch geboten? Ihr bekommt das beste Trackpad auf dem Markt von Apple. Denn im Vergleich zu Windows-Laptops sind die Trackpads bei MacBooks meilen, besser, beziehungsweise Jahre sind die voraus. Ihr bekommt eine gute Tastatur. Nicht mehr eine Butterfly-Tastatur wie bei den Vorgängern, die schnell kaputt gegangen ist. Sondern die Tastatur ist wieder nach dem alten Mechanismus und soll wirklich lange halten, wenn ihr jetzt hier am Schreiben seid. Das MacBook Air hat nicht ohne Grund den Namen Air, denn es soll auch leicht sein. Es wiegt 1,3 Kilo und ist damit super portabel, zusammen mit den 13 Zoll, die es hat. Könnt ihr es überall mit hinnehmen, ob ihr den Rucksack oder ähnliches. Müsst ihr euch überlegen, ob ihr noch eine Hülle dazu kauft. Ich habe das dazu. Aber ja, ihr bekommt das für 950 Euro. Bekommt eine Performance, die ihr bei Windows nicht mal annähernd bekommt, zusammen mit der Akkulaufzeit. Doch an dem MacBook ist nicht alles perfekt. In meinen Nutzungen ist mir einiges aufgefallen, was besser sein könnte, was auch bei der Konkurrenz vielleicht besser ist. Aber es ist, denke ich, verkraftbar. Ihr seht hier diese Display-Ränder. Die sind bei Windows teilweise etwas dünner. Ist vielleicht verkraftbar für die meisten. Für die meisten fällt das auch gar nicht so auf. Dann haben wir hier eine Webcam. Die löst nur mit 720p auf. Die ist nicht mehr so ganz zeitmäßig. Könnte auch mit Full HD mindestens auflösen. Die ist zwar scharf für Videocalls, aber ich sage mal so mittelmäßig ist die. Dann. Ihr bekommt den größten Sprung jemals. Vorher war hier ein Intel Core i3 verbaut. Der war absolut Müll. Damit konntet ihr ein bisschen Office machen und ähnliches. Mit diesem Beast hier, was hier drin ist, der MM1 Prozessor, könnt ihr Spiele zocken ohne Problem, die natürlich verfügbar sind für macOS, weil Windows läuft hier nicht drauf. Ihr könnt hochwertige Programme benutzen, wie Bildbearbeitung, die ich hier benutze, Pixelmator. Ihr könnt damit Final Cut benutzen, Videoschnitt. Programmierung könnt ihr damit machen. Oder einfach nur Office Sachen mit Pages und Co. Läuft alles ohne Probleme mit einer Batterielaufzeit für den ganzen Tag. Wenn ihr vor der Kaufentscheidung seid, dann empfehle ich euch ganz klar das Basismodell. Warum das Basismodell? Weil die Aufpreise einfach hier 230 Euro für den 16 GB Arbeitsspeicher ist einfach viel zu hoch. Genauso wie die SSD mit 230 Euro nur für den doppelten Speicher. 256 GB reichen für die meisten. Auch 8 GB RAM sind noch sehr zukunftsorientiert. Gerade weil das MacBook eher auch den Massenspeicher, also die 256 GB, noch als Erweiterung des RAMs nutzen kann. Ist zwar nicht ganz so effizient und leistungsstark, aber es geht auch. Also mit 8 GB kommt ihr ohne Probleme aus. Wie sieht es aus mit Software-Updates? Bei Windows seid ihr verwöhnt, jetzt nicht mehr so ganz mit Windows 11, dass ihr lange Software-Updates bekommt. Bei macOS sind auch immer mindestens 5, 6 Jahre drin. Durch den M1 erwarte ich nochmal und rechne auch damit, dass es nochmal länger wird. Also ich würde hier schon mit 8, wenn nicht sogar 9 Jahren Software-Support rechnen, die ihr bekommt. Also Software-Updates. Hier läuft macOS Monterey bei mir aktuell rauf. Das läuft ohne Probleme. Ihr habt alle neuen Funktionen, ein schönes Betriebssystem. Und ja, was ich noch gar nicht gesagt habe, sind die Anschlüsse. Insgesamt gibt es zwei Thunderbolt 3-Anschlüsse hier und einen AUX-Anschluss. Das ist natürlich sehr mau. Allerdings, wenn ihr euch einen Adapter holt, was auch ein täglicher Begleiter von mir ist, dann werdet ihr damit ohne Probleme auskommen. Dann gibt es nur noch eine Sache zu klären. Es soll bald ein Nachfolger rauskommen mit dem M2-Chip, neues Design. Das Design ist jetzt hier von 2015 und das erste MacBook in dem Design ist 2018 rausgekommen. Also es ist auch schon etwas in die Jahre gekommen. Vier Jahre alt, das Design bei MacBook Air. Wenn ein neues MacBook Air rauskommt, höchstwahrscheinlich ein neues Design raus. Doch das kommt wahrscheinlich erst Ende des Jahres, wenn nicht sogar erst nächstes Jahr. Also und zusätzlich werdet ihr dabei nur den kleinsten Sprung bekommen. Also einen relativ kleinen Sprung. Ihr werdet hiermit alles machen können, wie auch mit dem neuen MacBook Air. Das war jetzt ein einmalig großer Sprung zwischen den Intel MacBook Airs zu dem MacBook Air, dem M1-Chip. Da war ein Riesensprung und jetzt kommen eher nur noch kleinere Sprünge. Deswegen, wenn ihr jetzt eins braucht, schlagt zu und ihr mit macOS zurechtkommt. Ansonsten, wenn ihr damit nicht zurechtkommt, empfehle ich euch natürlich ein Windows-Laptop. Da bleibt euch nichts anderes viel übrig. Wenn ihr nochmal mehr Leistung braucht, dann denke ich, wisst ihr das. Dann könntet ihr auch zu dem MacBook Pro greifen. Doch darum soll es jetzt in dem Video nicht konkret gehen, was der Unterschied zwischen dem MacBook Air und dem MacBook Pro ist. Für die meisten, also für 80% der Nutzer, reicht das MacBook Air, weil es Leistung hat, Akkulaufzeit und für Office mehr als ausreichend mit jahrelangen Software-Updates. Das war es dann auch mit dem Video. Ich hoffe, es konnte euch helfen. Viel Spaß wünsche ich euch, wenn ihr euch jetzt entscheidet, ein MacBook Air zu kaufen. Das ist eine gute Entscheidung, wenn ihr wirklich einen Laptop braucht. Schaut auch unbedingt bei meinen anderen Videos vorbei. Da sind einige Mac-Tutorial-Videos dabei, aber auch andere Technik-Videos. Schaut auch gerne bei meinen Technik-Kollegen vorbei, der heißt TechTogether. Den verlinke ich euch auch in der Videobeschreibung. Wir sehen uns dann hoffentlich bald wieder in einem der nächsten Videos. Ciao. Schaut auch gerne bei meinen Technik-Kollegen vorbei.